Matthias Strolz führt in seinem Workshop durch die Grammatik der menschlichen Neuerfindung. Entlang seines systemischen integralen Modells High Five der persönlichen Entfaltung stärken die Teilnehmer ihre bewusste Wertung, entwickeln ihre persönliche Vision und gehen in konkrete Umsetzungspläne. Wer jetzt nicht wirklich schlauer ist und immer noch nicht genau weiß, worum es in dem Workshop des ehemaligen Spitzenpolitikers geht, dem hilft vielleicht das jüngste einer Serie aus schrägen Videos, die Strolz zuletzt auf Social Media postete. Für wen ist dieser Workshop Pilot, Pilotin des Lebens, meiner Zukunft vor Arm geben? Für Teilnehmerinnen, die an einer Formgebung arbeiten wollen, die merken, ah, da will was raus, da wartet was, auf Entfaltung in meinem Leben. Was machen wir dort? Ich bin vom wissenschaftlich-fachlichen Hintergrund her ein systemisch-integraler, von der Haltung ebenso, wir arbeiten Crossover, also mit systemischen Methoden, mit Trance, mit Aufstellung, mit Meditation, mit Fragen, mit schamanischen Techniken. Alles, was gut tut. Was ist das Ergebnis? Die Teilnehmerinnen gehen mit großer Klarheit in der Regel nach Hause, mit Erleichterung, mit Freude. Viele lassen auch was los, was mit uns auch wehtut vor Ort. Und dafür umso befreiter anschließend. Wann ist das nächste Mal? Wir haben noch zwei Termine. Einmal 29.30. März, da gibt es noch zwei bis drei Plätze. Und dann 3.4. Mai, die letzte Möglichkeit bis in den voraussichtlich Spätherbst. Dann gibt es eine Pause. Ja, alle Informationen auf meiner Website strolz.eu. Freue mich, falls das in dein Leben passt. Ciao. Ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank.